Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films The Substance, der am 19. September 2024 in den deutschen Kinos läuft und dann vermutlich einige Zeit später, vielleicht in ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, dann auch exklusiv bei MUBI zu sehen sein wird. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die Lida. Grüß dich, Lida! Hallo! Lida, wir müssen reden über ein Thema, was uns alle betrifft, ein Thema, was ja unangenehm ist, aber wir müssen darüber reden, lass uns bitte reden über alte Menschen. Und nein, noch schlimmer, hässliche alte Menschen. Was kann man dagegen tun, Lida? Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee? Ja, und zwar gibt es da tolle Mittel, die einen Jünger aussehen lassen, aber alles hat seinen Preis und der ist nicht nur finanziell. Das stimmt wohl. Zum Glück, liebe Lida, das sollte man wissen, sind wir beide trotz unseres ja nicht mehr ganz so frischen Alters immer noch sehr attraktiv. Das muss man auch sagen. Wir sind nicht nur clever und haben einen guten Filmgeschmack, wir sind auch sehr, sehr attraktiv. Deswegen machen wir so viele Podcasts hier beim TeleStormtisch, weil jeder weiß, attraktive Menschen müssen einen Audio-Podcast machen. The Substance hast du, glaube ich, schon in Cannes gesehen, oder? Genau. Der Film lief auf den 77. Filmverspielen von Cannes, das war dieses Jahr im Mai, im Wettbewerb. Was mich schon deswegen gefreut hat, da es zum einen ein Genre-Film ist, die sind im Wettbewerb nicht so oft vertreten, wenn das Genre Horror ist. Und da fällt dieser Film, auch wenn man ihn durchaus ins komödiantische oder satirische oder dramatische Genre schieben kann, fällt er auch stark ins Horror-Genre. Und er war einer von den, wenn ich mich jetzt nicht irre, vier Beiträgen, die von Regisseurinnen im Wettbewerb von Cannes waren. Denn Cannes ist ja bekanntermaßen eine Männerwelt. Und er hat auch einen Preis gewonnen, also die Regisseurin, die auch die Drehbuchautorin ist, Coralie Faraget, hat den Drehbuchpreis bekommen. Das hat mich auch sehr gefreut, denn ich habe diesen Film jetzt erst kürzlich gesehen, auf einer sehr großen Leinwand. Und ich sage so viele vorweg, es gibt einige Dinge in diesem Film, die kommen auf einer großen Leinwand sehr zur Geltung. Bevor wir uns aber jetzt mal ein bisschen genauer darum bemühen zu erklären, was wir an The Substance gut oder schlecht finden. Eine Frage, hast du den, also nicht Vorgängerfilm, aber Ihren ersten Spielfilm Revenge aus dem Jahre 2017 gesehen? Ja, aber der ist bei mir schon stark verblasst. Aber ich weiß noch, dass ich den gesehen habe. Ja. Ich habe ihn jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen, dieser Film. Ich mag den wirklich sehr, obwohl er einem Subgenre dazu gehörig ist, das ich wirklich nicht mag, nämlich das sogenannte Rape- und Revenge-Genre. Und deswegen war ich halt wirklich gespannt, was jetzt die Regisseurin jetzt aus The Substance rausholt. Kannst du uns eben kurz erklären oder unserer Wertenzuhörerschaft kurz erklären, worum geht es eigentlich in diesem Film? Im Mittelpunkt der Handlung steht die unaufhaltsam alternde Hollywood-Größe Elizabeth Sparkle. Sie hat den Starroom, also schon im Namen verkörpert wird sie auch. Und das, so darf ich jetzt gleich sagen, sehr großartig von Damien Moore. Die natürlich, obwohl sie jetzt schon, Damien Moore selbst ist ja schon ein Stückchen älter als 50, sieht aber überhaupt nicht so aus. Auch im Film sieht Elizabeth Sparkle mit 50 noch blendend aus. Aber in dieser chauvinistischen und knallharten Showbiz-Welt, in der sie lebt, ist sie damit quasi schon eine Mumie. Ihre Sendung wird abgesetzt. Man will sie aufs Abstellgleis schieben. Und obwohl sie durch ihre Karriere finanziell gut gestellt ist, trifft sie das schwer. Dieser Verlust der Schönheit, des Ruhms, des Bewundertwerdens, was für sie immer selbstverständlich war. Ein neues Schönheitsmittel, nämlich die titelgebende Substance, soll dem Abhilfe schaffen. Allerdings auf ungewöhnliche Weise. Man wird nicht einfach jünger, sondern man entwickelt eine, man hat eine Art junges alter Ego, als dass man sieben Tage lang leben darf. Dann muss man wieder sieben Tage lang als das ganz normale alte Ich leben, also alt im doppelten Sinne. Und wenn man bei dieser Anwendung irgendetwas falsch macht oder die Jugendzeit zu sehr ausreißt, rächt sich das auf sehr böse und hässliche Weise. Vielen Dank. Ich habe diesen Film jetzt erst kürzlich gesehen und es hat sich zugetragen, dass bevor ich den Kinosaal betreten habe, mir von einer Pressebetreuung ein Blatt Papier in die Hand gedrückt wurde, mit der Bitte, mir das bitte durchzulesen, vor oder nach dem Film. Denn auf diesem Papier steht die Intention der Regisseurin, also quasi ein Statement der Regisseurin. Und ich habe dieses Blatt nicht gelesen, ich habe mir den Film angeschaut und dachte mir nach dem Film, warum soll ich dieses Blatt Papier bitte lesen? Das ist Papierverschwendung. Ich habe selten in letzter Zeit einen Film gesehen, der die Intention der Macher, Macherin so deutlich offeriert wie das Substance. Ich meine das nicht als Kritik, dieser Film ist aber nicht subtil. Der ist gar nicht subtil. Das ist wirklich die grobe Keule, nenne es Holzhammer, nenne es Mähdrescher, nenne es Flackgeschützkanone, was auch immer. Dieser Film haut einem 140 Minuten lang ziemlich in die Fresse, finde ich zumindest. Oder siehst du das anders? Ich denke, man kann dem zustimmen, dass ein Film, bei dem in einer Szene, die sich schon deutlich rumgesprochen hat, sodass sie hier kein Spoiler ist, wirklich literweise Blut vergossen wird, dem, glaube ich, kann man keine, ja nicht zu viel Subtilität ankreiden. Also das ist definitiv, wie du schon sagtest, kein dezenter Film. Er ist sehr deutlich mit seinen Botschaften oder den Botschaften, die er zu verkünden vorgibt. Allerdings kommt hier nun der interessante Aspekt oder der diskutable Aspekt, nämlich, dass dieser Film durchaus widersprüchliche Botschaften hat. Und das, was man so leicht da oberflächlich sehen könnte, oh, die Welt ist, die Gesellschaft ist sexistisch und vor allem ageistisch. Es gibt ja dieses Ageism im Englischen, dieses schöne Wort, was sich nicht wirklich so gut übersetzen lässt. Also was einfach dieses Prinzip beschreibt, dass alte Leute in bestimmten Umständen sogar regelrecht diskriminiert werden. Das heißt, sie kriegen schlechter Jobs oder werden für bestimmte Positionen nicht in Betracht gezogen, einfach nur, weil sie schon ein bisschen älter sind. Und natürlich, dass wir in einer von Jugendwahn besessenen Kultur leben, wo Jugend mit Schönheit, mit allem was Tolles in Verbindung gebracht wird. Und alt sein ist fast schon eine Schande. Ja, also ich war am Anfang nicht überrascht, weil ich ja schon im Vorfeld gehört habe, dass der Film nicht subtil ist. Aber ich war dann wirklich, wirklich, wirklich überrascht, wie hart der zur Sache geht. Also nicht nur, wenn es da um das Blut festgeht am Ende und es gibt ja wirklich einige grausame und brutale Szenen. Aber genau wie in ihrem Vorgänger von Revenge 2017 fand ich das wirklich toll. Ich fand das künstlerisch stetig, also es hatte was Provozierendes, aber es war immer, dass ich den Hintergedanken verstanden habe. Es war immer klar, warum es gerade passiert. Es hatte auch so einen Spielwillen, also da sind Sachen drin, die sind halt so übertrieben, dass ich auch wirklich laut loslachen musste. Also ich fand auch als sehr, ja, brachiale, rabiate Satire hat er für mich richtig gut funktioniert. Und, das sei auch gesagt, er sieht halt auch, tut mir leid für die Wortwahl, schweinegeil aus. Also es ist einer der für mich schönsten Filme des Jahres, wobei es sehr viele schöne, nicht so schöne Dinge gibt, die hier, ja, die Leinwand überfluten. Der Film hat definitiv eine fantastische Optik, ein tolles Set-Design. Es ist eine Art retrofoturistischer Look. Wir haben einmal einen 80er-Jahres-Stil, aber gleichzeitig signalisieren moderne Gadgets und ein gewisses Hyper-Mid-Century-Design, wie es in letzter Zeit eben im architektonisch-Innen-Design-Bereich wieder in geworden ist, dass wir uns in der Gegenwart oder womöglich sogar schon dezent in einer Zukunft befinden. Und das passt ja gerade deshalb sehr gut, weil die 80er-Jahre, also jedes Zeitalter hatte seinen eigenen Körperkult, aber gerade die 80er sind als ein Zeitalter mit Fitness, Aerobic, Bodybuilding, Schönheitsideale, die so ziemlich gut von Baywatch verkörpert wurden, wo Männer und Frauen so hyperfeminin oder hypermaskulin aussehen sollten, dass es schon fast eine Art Karikatur des Männlichen und Weiblichen war. Das zeigt dieser Film hier in seinem Design also sehr gut. Und natürlich erinnert diese Konfrontation von der Vergangenheit und dem Futuristischen an diese Kluft, in der dann Elisabeth Sparkle lebt, nämlich dass sie ein altes Ich hat und ein junges. Also da ist wirklich sehr viel Doppelbödigkeit da, da ist sehr viel Cleverness da. Mein Problem war nicht so sehr, was der Film zeigt, denn die Bilder sind hier wirklich das Schwergste, auch bestimmte Aspekte, wie etwa die Spaltung der Figuren gezeigt wird. Also Elisabeth Sparkle, wie sie dann dieses jüngere Ich wird und dieses jüngere Ich sozusagen wirklich geboren wird oder sich aus einer Art, ja so Schlangen ähnlich häutet und dann den alten Körper zurücklässt, den sie dann auch quasi versteckt wie etwas Schändliches. Das macht natürlich Sinn, dass man nicht einfach so eine Doppelgängerleiche bei sich rumliegen lassen kann. Aber das hat natürlich auch ganz viele symbolische Ebenen. Aber wie der Film dann mit bestimmten Themen umgeht, das fand ich äußerst problematisch. Ist bei mir nicht so angekommen. Also ich habe diesen Genossen, das klingt jetzt echt falsch, aber ich habe den wirklich sehr gefeiert, den Film, wirklich durchgängig. Ich fand ihn ästhetisch unglaublich berauschend interessant. Was ich auch interessant fand, war dieser, ich nenne es mal dieser Wettkampf oder dieser Argwohn zwischen der alten Elisabeth und der neuen, also die ja Sue heißt und von Margaret Corley gespielt wird. Wenn dann die alte dann anfängt, sage ich mal fast schon so aus Frust, aus Trotz, als Rebellion halt zu essen, ja, also die Wohnung zu verwüsten. Ich nenne es mal Frustfraß, das ist etwas, was mir persönlich auch sehr geläufig ist und ich konnte es wirklich verstehen, warum sie das macht. Das fand ich wirklich unglaublich interessant und ich sage es dir direkt, für mich ist es aktuell einer meiner Topfilme des Jahres und ich werde ihn mir unter Garantie noch Minimum einmal wirklich im Kino ansehen. So gut hat er mir gefallen. Ja, mach das, vielleicht nimmst du ja dann auch diesen kritischen Input, der von mir natürlich kommt, mit und reflektierst. Nein, mach ich nicht, ich höre dir nicht zu, ich höre dir nicht zu. Nein, so Finger in die Ohren und dann so la 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 la. La 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 la, nein bitte, ich bin interessiert. Genau, also, dass zum Beispiel dieser Film eine sehr, sehr klare und sehr, sehr, wie ich finde, reaktionäre Haltung zum Thema von Schönheitsmitteln und physischen Veränderungen hat. Zum Beispiel werden hier so Schönheitsmittel anzuwenden, sich irgendwie physisch zu verändern, also man könnte jetzt ja auch sich eine Schönheitsoperation denken, Botox, was es alles gibt, wird generell als negativ dargestellt. Menschen, die das getan haben, gelten dann auch automatisch, so wie wir an diesem jüngeren Ich von ihr sehen, als die typischen Geschehs, oberflächlich, arrogant, selbstverliebt. Dann wird hier diese wirklich eskalierende Entwicklung, die dann entsteht, als eine Art Strafe dargestellt, dass die verdient wurde von dieser Elisabeth. Also, weil sie eben unglücklich war, dass sie jetzt altert und nicht mehr so schön und perfekt ist, wie sie mal früher war, hat sie es jetzt irgendwie verdient, dafür bestraft zu werden, wenn sie was dagegen macht und das nicht in Anführungsstrichen mit Würde trägt, wo ich frage, wie soll man denn bitte dieses, was immer so gesagt wird, mit Würde altern, wie soll man das denn bitte abziehen in der Gesellschaft, in der diese massiven Maßstäbe eben gerade an Frauen gerichtet werden und man einfach perfekt aussehen soll, zumal es für sie als Schauspielerin ja auch einen ganz unmittelbaren beruflichen Einfluss hat oder wenn man ein Model ist, wenn man eine Figur oder eine Person ist, die immer im Öffentlichen steht. Das ist ja ein Unterschied, ob man irgendwo ganz hinten im Lagerhaus arbeitet und nur mit sich selber klarkommen muss oder wenn jede Falte irgendwie von den Medien zerrissen wird und dann hat dieser Film halt eine absolut wertende Haltung, wer Schönheitsmittel anwendet, das ist schlecht und macht einen dann buchstäblich irgendwann monströs und das finde ich nicht nur übergriffig, das ist auch dann wieder genauso sexistisch wie der Film ist, bestimmten anderen sehr karikaturensten Charakteren ankreidet zu sein. Aber es gibt ja in diesem Film wirklich nur die Übertreibung. Es gibt ja wirklich, also nichts an diesem Film ist ja wirklich, sag ich mal, geerdet. Deswegen habe ich das nicht wahrgenommen, dass es ein, also du hast es jetzt übergriffig genannt, so ist es mir nicht aufgefallen, so habe ich es nicht wahrgenommen. Ja, aber das ist für mich definitiv da, dieser Aspekt, dass jede Form von äußerer Veränderung, von Körpermodifikation hier ganz klar als negativ, als unnatürlich dargestellt wird, auch als eine Form von, ja, Gewalt und dass das andere Ich dann automatisch ein schlechteres ist und natürlich etwas Fremdes. Also zum Beispiel dieser Gedanke, dass man durch Körpermodifikation auch mehr man selbst werden kann, dass es eine positive Veränderung sein kann, der kommt hier gar nicht auf. In diesem Film ist es ganz konkret schlecht gewertet, wird auf einer moralischen Ebene bewertet. Und das fällt ja auch sehr an ein Schema, das man aus den Medien kennt, nämlich dass dann da rumgelästert wird in irgendwelchen, nicht gar nicht nur in Klatschmagazinen, sondern auch in mehr oder weniger seriösen Heften, wo es dann heißt, oh, hat sie Botox genommen? Hat sie ihre Nase operiert? Also einerseits ist da diese enorme Erwartungshaltung, dass eine Frau gerade immer perfekt aussehen soll, aber sobald sie dann irgendwas Bestimmtes tut, wird das beschraft. Und schon zu stark in Anführungsstrichen geschminkt oder frisiert zu sein, wird ja oft kritisch beugt, weil das denn so in Anführungsstrichen unnatürlich sei. Also es ist immer diese Erwartungshaltung ja da. Schön sein, aber es muss natürlich sein. Und das ist ja nun wirklich wie ein Sechser im Lotto. Man kann ja nichts dafür, wie natürlich schön oder nicht schön man ist. Und da hat der Film eben eine sehr konservative, sehr reaktionäre und tendenziell chauvinistische Grundhaltung. Was ich halt total geil finde, ich muss die Wortwahl entschuldigen, ist halt wirklich dieser, ich nenne es mal dieser Kampf zwischen diesen beiden Frauen, der Sue und dieser Elisabeth, die eigentlich problemlos miteinander koexistieren könnten. Aber sie schaffen es einfach nicht. Weil das Ego von beiden ja immer irgendwie im Weg ist. Die eine macht, ich nenne es mal einen Fehler oder überzieht ihre Zeit und die andere muss es ausbauen und dann kommt ja dieser Wettkampf. Ich finde, das ist eine, wie ich finde, ja, die toxische, das Wort toxisch wird auch inflationär benutzt mittlerweile. Aber dieser Wettkampf, sie kriegen es einfach nicht hin. Obwohl sie eigentlich eine wie dieselbe Person sind. Das ist, oder zumindest wird es ihnen immer so von diesem Typen, von diesem, ich nenne es mal Verkäufer, von den Subs und sie immer so am Telefon gesagt. Genau, es fällt immer wieder dieser Satz, you can't escape yourself. Ja. Und das finde ich spannend. Also, weil, ich muss ehrlich mal sagen, wenn, wenn ich jetzt auch wieder zurückspringen könnte und irgendwie, ich könnte jetzt den 20-jährigen Stu irgendwie aus mir rausholen lassen. Ich glaube, der 20-jährige Stu und der 40-jährige Stu, die würden sich eh nicht bekämpfen. Das ist ein spannendes Konzept, finde ich. Das ist es definitiv, auch wenn ich denke, dass man da hätte mehr rausholen können. Aber das verdankt dieser Film auch absolut. Margaret Qualley und Damien Moore, die da wirklich erstklassig spielen und das auch super rüberbringen. Und ich will auch keineswegs sagen, dass an diesem Film alles schlecht ist. Er hat wirklich viele gelungene Aspekte. Er ist schauspielerisch stark und er schneidet sehr wichtige, sehr interessante Themen an. Aber diese konservative Grundteilung, diese chauvinistische Tendenz, die macht das einfach alles wirklich, ich will nicht sagen alles zunichte, aber die gibt dem einen absolut üblen Beigeschmack, der auch gar nichts irgendwie mit den Splatter-Elementen zu tun hat. Und auch dieser Spott über das von Demi Moore durchaus realistisch gespielte Leid dieser Figur, die wirklich unglücklich ist. Und das wird nur verhöhnt. Und auch das ist eine unangenehme Tendenz, die die Regisseurin hier aufgreift, die keineswegs neu ist im Kino, sondern vielmehr ein, ja geradezu eine Trope, dass alte Frauen, die irgendwie traurig darüber sind, dass sie altern oder so, dass das lächerlich sei, dass das ist, was man verspottet. Und da muss ich mal so denken, so an Sunset Boulevard, so von Billy Wilder, wo so dieser Satz fällt, there's nothing tragic about being 50 unless you pretend to be 25. Und dieser Satz, den da Billy Wilder so sagt, der drückt einfach nur aus, wie viel Unverständnis dabei, gerade bei so einem alten weißen Mann, wie es Billy Wilder ja zu der Zeit da war, einfach vorhanden ist, für dieses Problem und dieses absolut reale Dilemma. Und das, ja, das, man könnte jetzt auch so ein paar, gut, du sagst, der Film ist immer übertrieben, er ist nur auf so einer satirisch überhöhten Ebene. Das stimmt definitiv, aber auch sonst sind da einige, ja, wie soll ich sagen, so logische Brüche oder bizarre Sachen, wo man sagt, okay, hättet ihr ein bisschen anders machen können. Also, ich verstehe deinen Punkt, aber ich sehe es halt wirklich komplett anders. Ich finde, das, was du kritisierst, ist für mich stellweise halt eigentlich eine der Stärken des Films. So hart es klingt. Das ist ehrlich, das kann man so sagen, aber für mich ist halt ... Und weil ich hier der Mann bin, habe ich recht. Sorry. Genau. Aber das ist eben dieses Punkt. Der alte weiße Mann hat gesprochen. Ja. Gut. Ja, wir werden da, wir werden da, glaube ich, nicht richtig zusammenkommen, wobei, das sollte gesagt sein, also, du findest dich ja nicht komplett scheiße. Nein, nein, keineswegs, wie gesagt, das Set-Design ist großartig, die Kamera ist toll, die Darstellerinnen sind fantastisch, der Soundtrack ist gut und spricht noch mal und wir sind die Handlung einbezogen. Auch viele Regieentscheidungen oder bestimmte szenische Darstellungen haben, wie gesagt, einen interessanten Subtext, Mehrdeutigkeiten. Wir haben eine sehr ausgefeilte Bildkomposition, die Kostüme sind toll. Es ist keineswegs ein schlechter Film. Es ist einfach nur ein Film, der ein Problem hat, das gerade in Cannes im Wettbewerb, aber auch sonst massiv viele Filme haben, dass er eine sehr reaktionäre, tendenziell chauvinistisch-patriarchalische Message hat. Und da ist es mir egal, was die Regisseurin auf einen Zettel schreibt oder schreiben lässt, was übrigens dazu passt, dass sie der Film in jeder Hinsicht eben den Holzhammer rausholt. Also keineswegs irgendwie so clever ist, wie er sich manchmal fühlt. Da ist das völlig egal, weil es um das geht, was auf der Metaebene des Films vorhanden ist. Und insbesondere, wenn Leute konservative Botschaften haben, dann hängen sie die selten an, die große Glocke. Manchmal oder nicht selten sind die konservativen Leute die, die sich für am tolerantesten halten. Ich meine, was ja dafür spricht, dass der Film letztlich konservativ ist, ist ja, dass Dennis Crayton spielt. Der sich ja, glaube ich, vor ein paar Wochen und Monaten ja offen dazu bekannt hat, dass er Donald Trump-Anhänger ist. Irgendwie mit den Worten, glaube ich, ich paraphrasiere hier, dass er weiß, dass er damit seine Karriere zerstört. Von wegen zerstört. Wobei man sagen muss, ja, es geht, wer ist es bei Blinkenschweiß, es geht nicht ums Vergeben, es geht ums Vergessen. Jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Ah ja, Dennis Crayton, muss ich sagen, der begleitet mich als Schauspieler jetzt, glaube ich, auch schon, seit ich denken kann. Der ist interessant besetzt. Ich meine, die Rolle von dem ist letztlich zehn Minuten lang, aber ich muss sagen, ich habe selten jemanden so widerlich Schrimps essen sehen, wobei Schrimps essen allgemein ist widerlich. Aber dieser ganze, also er verkörpert schon wirklich so diesen Archetyp hier, alter weißer Mann. Ja, und schmieriger Produzent und ekeliger Typ. Ja, genau. Und natürlich, das darf man jetzt. Und ich muss leider sagen, er wirkt mit seiner Rolle irgendwie auch so, als ob er da echt ziemlich viel Spaß hätte. Aber auf so eine Art und Weise, wo ich sage, oh, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ja, und die Schrimps, ganz kurz, die Schrimps, das ist so eine von diesen wirklich wunderbaren, kleinen Allegorien, die dieser Film immer einflächelt. Denn Schrimps sind natürlich auch solche Tierchen, die du schälen kannst. Und dieses Schälen, dieses Häuten, haben wir natürlich auch bei der Transformation von Elisabeth Sparkle. Also werden diese, das meine ich gerade, wenn ich sage, da sind viele Szenen sehr gut durchdacht. Es werden bestimmte Motive in Kleinen und im Großen immer wieder aufgegriffen, was den Film eben auch wirklich zu etwas macht. Du sagtest ja, du wirst den noch mal mindestens einmal gucken, wo man immer wieder neue kleine Anspielungen und dezente Hinweise entdecken kann. Es ist ja auch in diesem Panoramafenster zum Beispiel, was sie hat und was sie durch dieses Fenster sieht. Oder der Hollywood-Stern, der auf bestimmte Weise immer wieder ein Bezugsmoment wird für sie. Also das macht der Film schon durchaus gut. Man merkt, dass die Regisseurin handwerklich stark ist. Das Problem ist hier eben wie so oft die Message um bestimmte konservative Untertöne dieser Story, die einem das sehr, ja, sehr versalzen können. Gut. Dann würde ich sagen, können wir mal übergehen zum Fazit. Ich mache kurz, ich habe es ja schon gesagt, für mich definitiv ein Jahreshighlight, fand ich großartig auf sehr vielen Ebenen. Garstig, gar nicht giftig, böse, brutal, satirisch, auch stellenweise auch wirklich widerlich. Wobei, ich muss mich ja selbst loben, ich bin ja, was so Spritzen im Film angeht, ein Schisser, aber bei dem Film war es teilweise so übertrieben, da konnte ich sogar hingucken. Das hätte ich nicht gedacht. Also vielen Dank für die extra Therapiestunde. Und von daher, von mir aus, also es fällt mir schon schwer, diesen Film jedem zu empfehlen. weil er dann doch sehr speziell ist. Also, ich nehme immer meine Mutter so als Gradmesser und ich werde meiner Mutter nicht sagen, Mutter, geh diesen Film gucken, weil ich genau weiß, das wird Mutter nicht gefallen. Aber wenn ihr zum Beispiel den Revenge von der Regisseur gesehen habt und den genauso mögt wie ich, dann guckt ihn, wenn ihr Demi Moore mal wieder in einer tollen Rolle sehen wollt, dann geht rein, wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf Stilistik, wenn ihr Bock habt auf Kunstbuch, wenn ihr Bock habt auf Exzess, dann solltet ihr euch gerne das Substance angucken. Ich verspreche nicht, dass es euch allen gefällt, aber ich zumindest hatte, mein Spaß denkt jetzt irgendwie falsch, aber ich fand ihn wirklich ganz, ganz großartig. Lida, dein Fazit bitte. Ja, meines ist, wie ihr schon gehört habt, zwiespältig. Der Film hat eben eine sehr schöne Seite und eine sehr hässliche und so ist es nicht ganz immer im Leben. Darum, ich habe ja schon gesagt, was es daran alles zu entdecken gibt und zu diesen Dingen, die hier mehr oder weniger subtil eingeflochten sind und geschickt am Rand versteckt, zählt eben auch ein äußerst fragwürdiger, sexistischer Unterton und eben diese konservative, ja, paternalistische Haltung, diese, diese, wirklich diese Doppelmoral, dass den eigenen Körper zu verändern eine grundsätzliche schlechte Handlung wäre und außerdem moralisch zu bewerten und dass es an der Gesellschaft sei, Körperveränderungen zu bewerten und natürlich, dass eine Veränderung, die vorgenommen würde, immer etwas erzeugt, das irgendwie monströs ist, das unnatürlich ist, das das falsche Ich, das andere ist. Man kann sich aber auch physisch krass verändern und dann erst wirklich man selber sein und letztlich bestätigt der Film besonders in seinen Schlussmomenten und im allerletzten Handlungskapitel genau die Schönheitsideale mit bestimmten Ekeleffekten, die vorgeblich kritisiert werden. Das heißt, ja, ganz so klar, also wie man schon sagt, you can't escape yourself und auch dieser Film entkommt letztlich den Maßstäben, die er selbst kritisieren möchte, nicht. So viel dazu. Ihr könnt also euren eigenen Maßstäben nicht entkommen, ihr könnt aber auch den Teleschapfen nicht nicht kommen, zumindest nicht, wenn ihr auf unsere Webseite geht, www.tele-stammtisch.de, da findet ihr alle unsere Podcasts und es gibt sowieso überall, wo es Podcasts und Likes gibt und wir haben einen Discord-Community-Server www.tele-stammtisch.de slash Discord da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, könnt ihr mit uns chatten, mit uns Nachrichten austauschen, uns privat anschreiben, uns Feedback geben, uns Vorschläge machen und sonst mit ganz vielen netten Leuten über Filme, Serien und was es sonst noch so gibt, reden. So, das wäre hiermit auch gesagt, dann wünsche ich noch eine schöne Zeit, bleibt wie ihr seid, ich wünsche euch was, ich sage Tschüss und Lila, dir gebührt das letzte Wort. Hust. Okay. Diesmal habe ich kein Schlusswort, sondern eine Schlussfrage, die hätte ich vielleicht schon mal stellen können, aber ich stelle sie jetzt erst, nämlich, wie ihr ja gehört habt, hattest du ja schon verraten, diesen Film habe ich bereits auf einem Festival gesehen und meine Frage an euch ist jetzt, würdet ihr gerne Festival-Specials hören? Wollt ihr Festival-Kritiken oder Einblicke und wenn ja, in welcher Form? Wenn ihr Lust habt, schreibt uns in die Kommentare, ob euch sowas interessiert oder ob euch standardmäßige, reguläre Kinostarts lieber sind und Festivals eher am allerwertesten vorbeigehen. Mich würde es interessieren. Macht's gut, Leute, bleibt ihr selbst. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.